Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Trouble in Terrorist Town mit der G.O.D. Community. Heute sind wieder ultra viele Leute dabei, es kann also bloß schief gehen. Wir haben heute dabei den Slow-Mo. Hallo. Den Zivi. Hi. Den Bevorius. Heyo. Gott ist ja laut. Ja. Den Heiler. Kuckuck. Oh Gott. Den Sonic. Hallo. Den Theoretically. Wer ist das? Mathis. 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 Ich habe mir den sorgfältig ausgesucht, ja? Sorgfältig weiß aber immer noch Mathis, also. Noch dabei ist der Sascha. Na wend. Der Schichti. Moin. Klein Evo. Hi. Und meine Wenigkeit, ich bin Nexanto und ich würde sagen, ich gebe die Runde direkt frei. Bitte tötet mich nicht. Wir müssen ihn killen. Was machst du? Nexanto, ich töt dich nicht. Doch. Guck mal, das Wasser, das ist eigentlich... Das ist ja eigentlich Gefängniszellen, oder? Ja, funktioniert meine Gaming-Software gerade nicht. Ich kann meine DPI nicht unterstellen. Scheiße. Wie geil. Wie geil. Scheiße. Komm mal her. Sascha killen. Nein. Garantiert. Evo, warum verfolgst du mich? Okay, die kann man nicht. Weil ich dich verfolgen wollte. Sascha, du hast Doma. Du sagst mal jetzt, kleinen Evo. Mach noch keine Waffe. Doch, hab ich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Was hast du denn für eine komische Textur hier? Oh, hier war gar kein Fenster mit drin. So. So, du Tür. Ach fuck. Was ist los? Ich kann mich nicht zurückhalten. Ich kann mich nicht zurückhalten. Genau. Du musst es einfach rauslassen. Was ist eigentlich für ein schöner Kontrollraum hier? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kontrollkästchen. Ey. Da wird geschossen. Heiler. Was? Heiler. Heiler. Okay. Ah! Xans! Xanto? Aha! Was? Warum denn ich? Nein! Ja, warum denn ich? Komisch. Ja, ich hab doch gar nichts gemacht. Nicht Xanto töten. Du bist ein netter Mitbürger. Ist schon was. Oh, echt? Du hörst was? Wer hört was? Ist schon was brennt. Und Xanto, warum du? Vielleicht weil der jetzt heute deinen Namen ausgesprochen hat. Das ist ja ein Anzeigefehler. Halt! Ein Anzeigefehler! Aber... Wow! Hier brennt was. Äh... Feuer vielleicht? Ne. Ne! 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 Ja, Schicht hier ist es. Dein Scheiß Ernst, Alter! Ah, okay. Xanto! Ich habe Xan! Ja, ich weiß. Das ist selbst bei dem X offensichtlich gewesen. Ich bin der Einzige mit X bei uns hier. Das ist das Schlimme daran, ne? Guck dir mal die Liste mit Leuten, die mit S vorne dran sind. Wir sind mehr mit dem S als... Das heißt doch nicht! Sascha, schick die Slow-Mos! Sonic, Stevie! Wir haben zu viel... Das ist richtig erneueng. S, 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 S. Ja, es ist... Ja, es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Ey, komm einfach zu mir, wenn ich Traitor bin, kill ich dich direkt. Dann kannst du... Dann hast du genug Zeit. Das sind doch keine 1200 dpi. Kannst du mir nicht erzählen! Oh, hier... Ich bin DJ! Ich, ich... Ich hab ja shoppt! Also ganz ehrlich... Denkst du wirklich, ich bin so doof und stell mich mitten in den Gang? Ja! Ja, das war's! Nein, nein, nein! Ich drehe eher noch am TS rum, weil das auch noch nicht passt! Was? Was? Ja, das war's! Richtig! Nein! Einfach weitersingen! Einfach weitermachen! Weitersingen! Mach die Augen zu! Ja! Ja! Was? Da, 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 da! Was denn? Weil du tot bist, weißt du? Da haben wir einen Slow-Mo! Da haben wir ja einen Matzis! Da haben wir Evo in der Mitte! Irgendwie ist Evo bei mir zu leise geraten! Ja, irgendwie fast überhaupt... Hat er überhaupt noch etwas gesagt? Ja, ich hab... Da haben wir einen Sonic! Bist du leise! So! Ich habe einen Slow-Way zu trainieren! Oh, warte mal! Oh, Evo! Wollen wir die Evo an? Wollen wir die Evo an? Ja, ich weiß auch, ein explosives Fass hinter dir! Hallo, Evo! Ich weiß, dass er dort nen Disco! Evo bei mir übrigens! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Okay! Ja, wenn ich die Ecke in den Rücken schießen würde... Was ist das? Hallo? Ich hab fast gehört, was du gesagt hast! Ich wusste... Sanzo tot! Sanzo tot! Warst du da? Wenn ich die Ecke schießen würde, dann würde das kein Schwein merken! Ja, leider... Vermutlich! Er hatte... Hä? Du... Loll, die Türen kriegt man auf? WTF? Er hatte einen Boomerang dabei! Und hier liegen Leichen! Wodin identifiziert! Ja, ich hab sie gerade identifiziert! Darf ich? Darf ich? Er hat einen Boomerang rausgeholt! Dann musste ich ihn erschießen, leider! Tut mir leid! Trotzdem bist du mir noch nicht so ganz safe! Das sag ich dir! Noch bist du mit... Fünf möglichen Innos... Nein! Danke! Scheiße! Die Wand war im Weg! Die Wand war im Weg! Scheiße! Back von ihm! Oh look! Ab in den Keller! Vergiss das! Ich bin schon längst wieder hinter dir! Die Map hat einen Keller! Die Map hat einen Keller! Die Map hat einen Keller! Nein! 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 Was war das? Geh weg von mir! In der Hose, ey! WTF war das denn jetzt? Oh nein! Was ist das denn hier eben? Also ich... Moment mal! Ist da gerade jemand drauf gegangen? Irgendwie checke ich gerade die Map nicht! Okay! Das waren wir dann wahrscheinlich wohl ein Dingens! Scheiße! Hier so ein Rollibum oder sowas! Dete ist tot! Tonic sei ehrlich zu mir! Bist du innocent? Wieso? Hä? Das ist doch ne dumme Frage! Bist du nicht? Das ist doch ne dumme Frage! Wir sind drei davon Traitor! Maximal fünf Leute sind vier! Alle sind Traitor außer du, Sascha! Ne, das wüsste ich! Ne, das weiß ich aber! Mir wird's angezeigt links oben, Sascha! Wenn ich tappen würde! Ja, aber noch keine vier Traitor! Kannst du mir doch nicht erzählen! Doch, es sind vier Traitor! Nein, nur noch drei! Eins, zwei, drei! Ja! Und du! Okay, das sind alle anderen! Hey! Hey! Michael! Was ist denn in meinem Homebody gestorben? Wow! Was ist denn da gerade passiert? Äh, klein Evo! Tonic, machst du das mit dem Boberang? Ja! Ja! Und? Ich find's witzig! Tonic, wie klar! Das war ein kurzes Zögern beim Science! Ich fand's... Ja, ich will nicht lügen! Ich fand's... Es war übrigens interessant! Ich red die ganze Zeit mit Sonic! Die ganze Zeit! Mach der noch... Und dann sag ich doch so... Oh! 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 Aber es hat keiner gerallt, Sonic! Es hat einfach keiner gerallt! Ist halt echt so! Er lässt sich da so richtig Zeit beim Sterben so... Ich mein, du musst dir halt einfach mal vorstellen! Ich stand mittendrin in der Menge... War doch gut gemacht, Sonic! War doch gut gemacht! War doch einfach gut gemacht! Ich wollte einfach mal was einfallen lassen! Evo verfolgt mich! War lustig! Oh! Ich gewinn sowieso! Also von daher! Das sagst du jetzt! Wow! Ja, das sag ich jetzt! Das ist richtig! Na scheiße! Wie viele Punkte hast du denn gerade? Hallo Sascha! Wie geht's? 24 hat der Punkte! Ich glaub's nicht! Warte, wer? Was? 24 hat der Punkte! Hab ich das gerade ernsthaft gesagt? Ja! Halt zu! Halt zu! Lass mal Stevie! Ah! Alles klar! Und Toni! Hinter dir! Ja genau! Hallo! Oh Gott! Nein, nein, nein! Woaah! Es ist soweit von der Wixa! Wat? Du bist soweit von! Geh mal weg! Hallo Toni! Es wäre logisch wenn er es war, weil zu dem Zeitpunkt hat er auch hingeschaut ne? Evo, ich muss aufs Klo gehen! Nein Toni! Wir kommen da jetzt nicht rüber, was machen wir jetzt schlichtig? Nein, dann gehst du jetzt aufs Klo! Ähhhhhh... Komm her! Ja, ich guck gerade mal, ob es hier lang geht, Sascha ist schon tot. Hier ist er an der Treppe. Wo ist Tibi? Hi. Oh, kleine Evo. Mathis, geh mal kurz mal hinter die Tür. Was? Ich bin mir jetzt Karawane. Bleib mal so, bleib mal so. Oh, Leute. Was? Okay, wenn du deinen Kopf durch die Tür streckst, kann man drauf schießen. Wo ist denn seine Leiche? Ja, okay, das habe ich jetzt gemerkt, ich habe 52 Leben. Ich habe nichts zum Kaufen von Sascha. Mach die Ohren drauf. Ja, da bist du erst dabei, gut. Tja, Heiler, was machst du jetzt? Junge, leck mich. Heiler hat ein kleines Problem, aber nur so kleines. Das darf ich, Bebo. Wir machen Highlighter. Was? Ich muss mit ihm in die Gassi gehen, bitte. Boom. Nein, nein, dann hätte er mich nicht versucht zu töten. Mathis ist so spacious. Was ist hier passiert? Und Sascha ist bloating. Wow. Ich bin jetzt online. Sascha, nein. Ich gucke mir jetzt mit ihm zusammen. Oh, mein Stuhl. Oh, mein Stuhl. Sascha riecht an seine Hand. Sascha riecht an seine Hand. So wie Joke Lyft. Am 1. Immer weg. Wow. Warte. Was ist das? Der riecht an seiner Hand. Again. Das war keiner jetzt mal filmen. Geruchte Arsch. Man. Das ist bloß die Frage. Wie kommen wir jetzt da rüber? Hey, komm. Wir tun ihn in die Schubkarre. Na warte. Er muss uns filmen. Sascha, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, sei mal ein bisschen. Hab mal ein bisschen mehr Anstand. Weißt du? Das sieht so geil aus. Wie so ein Heckenpenalizierter. What? Ja. Alter. Damit hab ich nichts zu tun. Wer hat die Plasma geworfen. Schubkarre. Ich wusste nicht. Wer hat die Plasma geworfen. Ich glaub das war's noch. Ich hab die geworfen. Die Tür war uns in dem Moment. Warte. Genau. In dem Scheißmoment mache ich halt die Tür auf. Ja. Ich hab auch schon geguckt. Keine Überlegung. Was? Oh Diego. Jetzt ist Ende. Wer jetzt den ich mir anlegt muss mich mit einem Schuss töten. Jetzt ist Ende? Okay. Man kann sich aber auch nicht wegstupsen. Leute. Ich kann ihn nicht mit dem Magnetstick bewegen. Alter. Abhauen. Die hängt halt einfach fest. Okay. Ja mit hoher wahrscheinlich ist es slow. Okay. Er war nett und hat mich nicht getötet wenn ich was gemacht habe. Das fand ich. Fand ich korrekt. Also lass ich ihm. Seine Freiheit. Bleiben. Jetzt ist die Leiche verschwunden. Hey die liegt hier. Nein Toni. Nein. Das lässt sich verschwunden. So. Bleiben Evo. Ja. Nein 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 nein. Bleibs hier. Bleibs hier. Ja was da. Bleibs hier. Hast du vergessen dass Sascha mich umbringen wollte? Ja. Das würde er auch als Traitor. Machen wir nicht Traitor. Das ist ein guter Punkt. Ach das ist auch hier nicht gut. Sascha ist schon so ein Noten. Wollen wir in die Küche gehen? Wollen wir jetzt kochen? Nein. Ja komm mal. Ja wir kochen ja. Ja ich will packen. Was soll das denn? Warte mal. Warte mal. Wir müssen noch ein paar Pommes rausholen. Das ist Porno Pommes. Ist hier eine Fritteuse? So hier erstmal eine Melone. Und keine Melone. Keine Melone. Doch eine Melone. Nein warte wir müssen jetzt erstmal den Karton anzünden. Schichty. Wer ist das? Schichty war Traitor. Ja war zu erwarten. Aber kann ich auch töten. Oh Melonen überall. Oh Moment. Wie lange ist die Zeit bis der hoch geht? Der Märtyrer? Warte mal deinen Kuchen. Warte mal. Hier kann man nichts anderes machen. Das ist voll doof. 5 Sekunden oder so höchstens. Warte mal. Also. Warte. Das ist Law. Wo ist denn Schichty? Ja liegt hier irgendwo. Ah da ist. Moment. Wie ist das? Cool danke. Okay. Mathis war es auch nicht. Mit der König der Welt. Kann man die Lampen machen? Wurde auch nicht. Okay wir leben jetzt noch alles. Wahrscheinlich die Traitor und ich. Bis auf einer. Ne ich und Bevo wohnen eben noch. Wir sind beide safe. Weil mich wollte Sascha killen und Bevo hat Traitor gekillt. Also sind wir. Ach so. Okay. Weil is n Tod also lebt noch 1 Traitor. Wir müssen aufpassen. Hier is mehr Traitorfalle rantern. Evo is mir is n bisschen sas bisschen. Tsch shibish. Schispishibishibishbish. Schischebischebis. Okay. Soll einfach… Bevo warte warte, Bevo renne ich weg. Ich will ja keine Kamera verlieren. Bevo wirst instant sterben wenn du irgendwo hingehst. Ja weiß ich. Du musst mitkommen. Du rennst vor. Weil wenn du stirbst kann ich den kämen. Richtig. Dann haben wir jetzt quasi beide geschafft. Ich guck auch weg. Mein Faden kreuzzt auf deinem Bein. Deinem Nasenbein. Oh Gott, ist der wirklich? Ja? Warte mal ganz kurz. Er bewegt sich halt in dem Moment, ganz ehrlich. Ich hab ein Problem. Warte mal. Wird hier erstmal verbarrikadiert. Warte B, wo kann ich die beiden Leichen mit reinnehmen? Sorry, die Tür ist schon verbarrikadiert. Ey, das ist aber unfair. Warte, guck mal, wie er in seinem Arm liegt. Alter. Ja, scheiße. Alter Evo. Der war ja mal richtig im Arm. Boah, Alter. Ich hab mal gedacht, wo ich meine Melonen gezündet hab, dass ich... Alter, nein. Er bleibt in dem Raum stehen. Oh, ich hab rausgezapft vor Wut. Er hat rausgezapft vor Wut, okay. Scheiße. Da trifft er mich kein einziges Mal. Niemand hat das gesehen, ja? Doch, ich hab die Kamera draufgehalten. Das coolste war... Welche beiden haben wir gekillt zusammen? Ha! Ja, keine. Kommst du nicht durch? Nein, nein, nein. Hallo, Heiler. Hallo, Heiler. Ich bin schon wieder Dete. Ich hasse Dete, Alter. Dete. Vor allem bei dir, Sascha. Divi, wir machen Abgang. Divi, du weißt, wie das ausgehen, wenn wir ihn da herrennen. So hast du dann geschossen. Dann würdest du aber einen Inno killen. Das weißt du. Egal. Ich hab sowieso genug Punkte. Ich hab überlegt, was ein Stew ist. Boah, Alter. Da liegt ne Leiche. Ich wollt grad sagen, war da nicht grad irgendwo einer draufgegangen? Ne, ne. War da nicht grad da draufgegangen, ey? Das ist ne Anzeige. Lol. Hier hat grad nicht jemand die Traitorfalle aktiviert. Echt? Oh nein. Sag mal Sonic, dein Ernst? Ich hab euch langlaufe, seh ich dich. Hallo, Heiler. Hallo, was? Ich seh Heiler. Oh, schrei nicht so. Wir sind dich alle taub, Mann. Ah, Stevie, sehe ich. Nein, Stevie. Nein, Stevie. Nein, nicht so wie letzte Runde. Nein. Halt doch mal die Fresse. Halt doch. Ihr habt Schaden bekommen. Irgendwann mal in Ruhe. Komm ich den Keks drauf. Mwah. Wir werden nur gucken, was mit der... Oh, Sander kam hier aus der Richtung. Halt! Oder ist, denk ich mal, in diese Richtung gelaufen. Ich weiß es. Hey, was? Wir wollen hier keine Rechtsradikalsprüche, ne? Wer ist hier Rechtsradikal? Meine Mutter. Ich bin ein Rechtsradikal. Wow. Wow. Don't die. Hallo, Sonic. Hallo, Sascha. Ja, lass mich vorbei. Ist da unten irgendwas? Ja, dein Tod. Warum schießt du in meine Richtung? Die ist da nicht in deine Richtung! Nein! Ist hier nicht der Sch... Ne, das ist hier nicht. Sag mal, wo seid ihr denn jetzt? Warum wir hier? Wieso? Gleich... Wenn du mich triffst, du mit... ...misset, ey. Was ist dann? Ja, weiß ich auch noch nicht. Da passiert was. Bin ich vermutlich tot. Geschenke. Tut. Geschenke. Was geht bei euch hier? Lass mal, Bewo. Hey, wer schießt da? Was? Plasma? Hi. Ramschel! Der ist der Frag, der ist es. Wir wissen, was jetzt passiert. Ja. Ja, beim Date, der ist wenigstens safe. Ne, 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 ne. Irgendwo war neben mir eine Granate. Alles klar, der Stu ist kaputt. Echt? Ne, 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 ne. Das bin ich geheuer. Hallo Sascha, wie geht's? Hi. Joa, alles cool, ne. Xanto hier. Alter, wenn du mir vor die Fritsche rennst, wenn ich schieße... Alter, warum schiehst du mal, du? Habe ich dich getroffen? Ist das los mit... Nein! Ich hab nur Lust, dich zu ärgern Sascha. Mir ist grad langweilig. Weil keiner gegen mich kämpfen will im 1 gegen 1. Alle wollen mich immer nur von hinten wegmachen. Das nervt, Alter. Macht einen anderen von hinten an. Junge, ich bin kein Traitor. Ansonsten würde ich... Muss ja trotzdem nicht hinterherlaufen. Ja doch, weil du der einzige Safer bist. Ja, das weiß ich. Das ist mir aber auch für mich... Äh, hier ist jemand tot. Äh, Mathis ist down. Mathis ist tot, okay. Hier rennt jemand her. Alter, das ist echt verwirrt, wenn das Theoretipp... Äh, irgendwas heißt. Ja, ja. Tante nicht töten. Omo ist auch down. Bin dein Freund, ob... Bist du? Dann stell dich mal gegenüber von mir. Nee, nee. Nee, nee. Willst du mich killen? Kill mich doch bitte als letztes. Evo, warum guckst du noch mal nach hinten? Willst du mich bitte als letztes? Evo? Hilf dir. Ich will noch... Ich kill Sascha für dich noch. Wenn du mir was tolles kaufst. Geh mal weg. Wir müssen gerade... Willst du mich jetzt schon wieder töten? Wir müssen gerade... Geh mal weg, Alter. Hi. Nein, nicht. Was? Wir haben sie beide geänt. Schau dir nicht wieder. Und Tia, ey. Hallo Leute, wie geht's, ne? Alles klar? Du Easy. Du Easy. Du Easy. Alter, der hat... Es hat so einen Grund. Ich wollte dir Hilahs Namen sagen. Oh nein. Nicht sein Scheiß. Hey, Mann. Das ist echt gut. Das nächste Mal kill ich mich einfach Heiler. Weißt du, stehst du im Kacken-Drehen? Guck mal, wie viele Heiler gekillt hat, ey. Sieben Stück. Ich hab mein Wicke Erfolg. Klein Evo, ne? Ich sag doch. Boah, Klein Evo. Pock draufgehauen. Ey, Mann. Spray gemacht und abgehauen. Keine Gegner diese Runde. Aber sowas von, ey. Was? Warte halt, beide Headshotss, Alter. Boom! Headshock! Frisch, ey. Der war richtig frech. So, wo ist Heiler? Ich fand... Evo, keine Rennen. Heiler ist hier bei mir im großen Raum. Oh, ist denn schön. Wett? Ey, ich mach... Ich... Ich kill ihn nicht, Alter. Ich hab ihn. Hallo. Wenn ich sterbe, ist das Heiler. Du weißt, was das auf der Täterefalle ist. Steht da drauf? Nein. Ist nicht hier im... Du hast eine Spinne auf! BOOM! BOOM! Ich mach es weg! Ich bin noch auf den Fuß! Ich mach sie weg! Alter! Äh, Stevie, haus du! Die Waffe ausgetauscht! Ja, richtig! Mache ich mach die Tür auf! Hol mal eine Bandgranate! Wow. Der war ein Granat. Der war ein Granat. Wer ist der? Hallo. Hä? Was? Hier wird irgendwo geschossen. Xanto ist es. Xanto ist es. Sorry, 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 sorry. Oh, es gibt doch einen Ingame-Chat. Hab ich ganz vergessen. War nicht ganz toll. Xanto ist es. Der weiß sich. Ach nee. Bebo. Ja, Bebo. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich will mitspielen. Hallo. Kinder, was macht ihr schon wieder ohne mich? Keine Punkte fahren ohne mich. Ja. Hallo? Bitte. Ja, weg. Spiele-Einwendung. Scheiße, verpiss dich. Ja, ja. Xanto lebt noch. Xanto lebt noch. Okay, warte mal. Wer ist denn jetzt? Wer ist denn noch? Ich hab Bebo gekillt. Ich hab Bebo gekillt. Nein, das ist... Okay. Richtig, kannst du nicht schon wieder sein. Nein, ich bin da auch nicht. Hallo? Lebt Mathis noch? Nee. Sascha? Ja, ich hab Bebo gekillt. Ich bin safe. Wo ist hier die Falle? Wo ist hier die Falle? Ja, nirgends. Doch, bei dir. Nein. Warte, der frisst gerade. Der hat Hunger. Bist du auf auf mich zu schießen, du Lutscher? Ich schieß da nicht auf mich. Ich hab gefrisst. Ich bin der. So oder so oder so. Nee, egal. Halt. Ich hab bloß erwähnt. Nein, er guckt immer noch. Stehe ich hier? Ich hab aber einen Trailer gekillt. Ja, leider. Ist das Scheiße. Sicher, dass du Trailer gekillt hast? Was ist los, Schichtig? Okay, warte. Oh, verdammt. In-Game-Chat? Nein. Also wo ist die Falle, Slow? Warte, im In-Game-Chat. Hier vorne oder hinten? Ich hab nämlich nichts gehört. Hast du ja im Trailer-Chat gesprochen? Was? Hier vorne oder hinten, Slow? Ich hab da, ich hab da oben ein grünes Feld. So. Fede mit mir. Weiß euch nicht. Ich glaube, Shitty hat sich ganz verraten. Was? Nein, wieso? Nein. Ha, ich lebe noch. Alter, was ist hier passiert, ey? Ganz, ganz viel. Oh, ja. Gut, dann ist es schon. Okay, Mann, er ist tot. Wo ist er? Wo ist er? Nein, ich will nicht. Robert, komm, wir machen eins gegen eins, okay? Lass fernen. Ich bin safe, Slow. Ich hab eh wo erledigt. Ja, es ist... Wo ist er denn? Keine Ahnung. Weg. Darf ich dich noch headshotten? Krieg ich ja noch genug? Warum nicht? Ich weiß so. Na gut, wollen wir hier warten, oder was machen wir jetzt? Tolles? Oh, fuck. Oh, fuck. Ey. Ach, Mann, drei Leute! Ich wollte headshotten! Das wusste ich ja nicht. Ob der headshotte? Das Ingame Chat nur für Traitor ist? Uh, okay. Ne, ist nicht, aber wenn du Shift drückst, Ingame Chat. X ist normaler Chat. Ah, okay. Ne, als Traitor hat man nur den, äh, Traitor Ingame Chat, logisch. Geht's auch leiser? Nein, aber nicht. Ja, sollen wir auch normal reden. Nein. Du hättest dich halt einfach rausreden können mit von wegen, ja, Text Chat. Kann jeder benutzen. Ja. Ne, ich hab... Das müsste man ja wieder denken. Dann hätt er sich aber nicht bewegen können. In dem Moment. Ey, mein Fernsehbilder. Der hat nen Heck drauf, der kann währenddessen laufen. Ja, ja, ja. Das weiß ich, dass er so und so. Ey, man weckt dir das, dann gibt es eins. Oh, Mann, ey. Nein, nein, nein. Ich will auch mal jemanden töten. Hex! Hex! I call it Hex, you call it. TCC! Und Hex! Hex? Ach, ja, ich bin... Hex! Ich sag's, das ist es. Hex! Und? Wo ist diese scheiß Falle? Sonic! Also, ich call Stevie, Evo. Danek, Lomo. Ich call dann somit dich. Danek! 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 Aber da fehlen auch Traitors, Stevie. Bist du jetzt an dich? Ich bin's nicht. Bin ich nicht? Schau doch später meine Aufnahme. Hallo, hallo, hallo. Weißt du's? Ne, da kommt mir zu, wenn das Video kommt. Ja, das kommt am Moment... Vierzehnten! Vierzehnten oder siebzehnten, da müsste dieser Part hier kommen. Und? Sante und Sonic schon wieder spürst, das gefällt mir nicht. Oh, weiß ich auch nicht. Vielleicht darf ich... Vielleicht darf ich... Vielleicht darf ich... Vielleicht darf ich... Kleine Evo und Stevie, folg mir wieder. Das ist, äh... Sehr, äh... Ich glaube, ich darf gleich wieder... Nimm meine Raffe an Heiler. Diese Map ist sehr verwirrend. Ne, bloß... Und da hätte ich noch... Sascha... Ja... Ey, kurze Frage, kurze Frage, Sascha. Ja... Als Inno-Date-Kid, gibt man da noch weniger Minuspunkte, als wenn man Inno-Kid? Ja... Ja, Heiler, was machst du jetzt? Okay, dann lohnt sich. Ah, schick auf. Dann lohnt sich nicht. Ah, schau an! Wo haben wir denn mal einen, einen netten Nachbarn hier? Vivi ist, glaub ich, gerade losgegangen. Nein, Toni, nein. Der hat da neben... Ne, ne. Basti? Hallo, Kinder! Dicke Wumme. Heiler? Hallo, Kinder, seid ihr noch da? Da ist Kuro. Basti, bist du ja du, hä? Der Cake? Ist niemand gestorben, hallo? Der Cake? Heiler ist tot. Mit Aldi kannst du lieber ich. Stevie ist tot. Okay, warum? Hallo, Kinder. Warum sind die tot? Sascha, ne? Hallo. Alles Sascha? Lass mal eins gegen eins machen. Warum? Weiß nicht. Sascha, Sascha ist schon wieder... Sascha... Der DT-Kinn lohnt sich ja nicht. Oh Gott, für das Nio, dein Evo kill ich auch nicht, weil klein Evo es auch anders freut. Okay, Slow. Oh Gott, Mathe, es ist ja viel zu viele hier. Geh mal weg hier. Evo es hört! Sascha... Was? Soh doch mal her jetzt. Nein! Ich will dir mal ne tolle Wumme zeigen, die ich gefunden hab. Gefunden. Die kam, ist aus der Wand gespawnt. Alter! Alter! What the fuck? Ich glaube, Evo was. Ich glaube, warum hast du... Sonic hat ne AWP. Ja, weiß ich. Ja, was? Wer hat ne AWP? Sonic! Ich weiß auch nicht, wieso ich eine habe. Hä? Was hat er? Wo denn? Geil! Ja, du hast ihn gekillt, nicht ich. Ich hab davon nichts gesehen. Ich hab da gerade um die Ecke geguckt. Aber du hast auf ihn geschossen. Also da hab ich mit drauf geschossen. Aber du hast ihn gekillt. Ja, kommt doch her und guck, Junge. Was? Das? 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 Das ist denn noch nichts Neues? Santo? Ich hasse dich yearsin schon dafür! Ich bin zubehindert! Nein, da! M-M. Ach kein Leikax! New battle! Ja! Hier raus. Nein! Au, Au, Au... Kriegt ihr den Handy persönlich? warte ich such doch bloß das eine item wo ist es denn das war aber auch nicht das funktioniert das war einfach richtig ich habe einen kompetenten Prozent das letzte Runde und das ist das letzte Runde schon mal eine Art ein Spiel Nein kein Spiel kein Spiel kein Spiel hau ab Evo verzieh dich Mattes du bist irgendwie zu laut Evo verzieh dich zu viele Leute ich bin James ey warte lass mal was wärs Telefon warte ich bin James Kaufe mir auch mal was. Evo verzieh dich. Kaufe mir auch was. Hallo. Kaufe mir auch was. Verpiss dich Evo. Warte, komm her. Hallo Evo. Komm. Er ist Traitor. Kollege. Fuck. Oh egal. Kollege. Komm. Nein. Markier dir den mal. Ja. Da würde ich gleich klingeln. Oh. Ich liebe dich Evo. Ich werde für unsere innocente Flanke kämpfen und dienen bis zu meinem Tod. Okay. Stoic Wage. Stoic Wage für innerhalb von Labor. ibel und E Vollerdote Meister Ralt in Berlin, das ist einer reingelaufen. Moment, da exceeds nichtufffuß. Klingeln. Ich nehme ihn undес ue. Ich gebe nur jestem schön, früt tenían gewcidos. SA zu Ich hab zwei Schaden bekommen. Ich hab zwei Schaden bekommen. Sorry. Ich hab zwei Schaden bekommen. Guck mal, Junge. Das ist für dich. Film mal Sascha bitte. Guck mal hinter dir in die Wand. Du bist beinahe. Es tut mir leid. Womit hab ich das verdient? Wo bist du? Sascha. Was hast du ihm gegeben? Ich hab schon wieder was tolles. Komm Sascha, wir spielen noch mal. Du kannst mich noch mal random machen. Nö, das war auch kein Grund dazu. Komm mal her Sascha. Ja okay, ich bin da. Wie wohnst du gerade da? Nein, es ist schichtig. Wo ist Sascha? Geh weg, geh weg. Ich will alle von mir. Was ist hier los? Ich werde darüber hinwegsehen. Was machst du da, Sonic? Ich hab einen Lemonade Launcher. Du hast ihm einen Lemonade Launcher gegeben. Nein, hat er nicht. Ich hab mich selber gekauft. Ja genau. Der Lemonade Launcher funktioniert nicht. Hey, ich wurde angeschossen. Der Lemonade Launcher vom DT funktioniert nicht. Warum? Ach, hab ich richtig lang geschossen. Was ist euer Ernst? Ich hör bloß was. Ist er tot? Nein, nein! Die sind alle schreien. Oh, da oben ist noch jemand. Oh, der macht Depp. Ich bin weg, tschüss. Na Mathis? Ich hab's gegen eins. Ja. Was ist das? Warum liegt der DT da tot? Geh mal weg. Weil der Tod ist. Ey, fliege! Nein! Ich hab ihn gar nicht gesehen. Alles klar da hinten? Ja, oder? Haben wir jetzt einmal gestorben? Tippen! Tippen! Du Sucker! Ja! Wenn der DT da ist noch. Okay. Ach, f- Ja! Ja, krass! Ja! Ja, krass! Ja! Ja! Ja, mach der da doch noch, Alter! Alter, dein Ernst! Alter, dein Ernst! Ich komm rein! Was hatte ich für einen ekelhaften Spawn-Spot? Wie konntest du nicht sterben? Ich seh einfach bloß diese Taube auf mich zu fliegen. Sie ist dir direkt ins Gesicht geflogen. Ja, ich weiß. So, und das war's mal wieder mit einer Runde TTT mit der GeoD-Community. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Link zur Playlist und zu den ganzen Menschen, die hier mitspielen, ist in der Beschreibung. Ähm. Nein! Ähm. Ja, schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Macht's gut. Euer Xanto. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.